Jetzt geht es endlich los. Jetzt sind wir nicht mehr erstklassig, zweiklassig, jetzt sind wir Super League. Der Fussball in unserer Stadt kommt jetzt endlich den Stellenwert über, den er auch verdient. 37 Jahre haben wir auf diesen Moment gearbeitet. Wir sind eingestanden, auf und neben dem Platz für Respekt, Doneranz, Weltoffenheit und packenden Fussball. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben weit unten angefangen, haben uns eingesetzt, lang, lang. Jetzt haben wir es geschafft. Wir wollen weiterhin diesen Verein mit Haltung sein. Und für das brauchen wir euch alle, euch alle zusammen. Fussball ist Integration. Fussball ist Gemeinschaft. Fussball ist von vielen Menschen, die hart für das gearbeitet haben, für unseren gemeinsamen Erfolg. Für Winti. Gegen Gewalt und Diskriminierung. Wir feiern weiterhin unsere Vielfalt. Wir tragen uns weiterhin gegenseitig Sorge. Klar, in der Super League wird nicht alles super sein. Aber wir freuen uns mit euch auf das Abenteuer. In dem Sinn, vorwärts Winterthur. Wir sehen uns auf der Schützenwiese. Ich bin nur sicher. K This